Wir werden es tun, also durchdacht. Licht, ich bleib beim Licht, okay. Diese Stimme? Es ist so neidlich. Es ist so neidlich. Es ist so neidlich. Sie hat die Dunkelheit in den Scheiben. Die Dunkelheit werden gel explodiert. Sie lassen die Dunkelheit einen Räden. Sie wollen die Kraft und die Womme der Dunkelheit. Sie strang die Flur und sprechen die Dunkelheit. Sie haben das Gefühl für die Dunkelheit. Sie machen das. Diese Stimmen machen mich echt verrückt. Das Biest weiß genau wo wir sind. Und ich fall auf alle Tricks rein, weil ich ja so doof bin. Okay, wo ist denn das Biest? Okay, ich glaube erstmal werde ich wieder kämpfen dürfen. Okay. Ich weiß nicht, wenn du nicht gerne Horrorspiele spielst, glaube ich auch nicht, dass das ein Spiel für jemanden ist, der sowas nicht mag. Aber es ist kein Jumpscare-Spiele. Also es ist einfach nur unheimlich. Sehr düster, macht aber sehr viel Spaß. Erinnert ein bisschen an ein besser erzähltes Dark Souls. Wo ist jetzt hier unsere Rune? Ich habe das Gefühl, dass ich dafür hier durch muss, aber das möchte ich nicht. Aber ich glaube, das werden wir wohl müssen. Aber ohne Licht heißt es, dass das Monster kommt. Oh Gott, nein, 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 wir gehen zurück. Ich gehe zurück. Okay, 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 okay. Denn ich habe keine Lichtquelle auf der anderen Seite. Ich muss irgendwie Licht auf der anderen Seite haben. Und das hier vorne reicht irgendwie nicht, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Okay, warte mal. Wir machen hier die Fackeln an. Oder die Kohlebäcken oder was auch immer. Die Standfeuer. Ah, da ist meine Runde. Ja, ja, sehr gut. Ähm, ein Teil davon. Denn der andere Teil ist dort. Aber... Ja, aber auch die Kämpfe machen sehr viel Spaß. Aber man muss halt wirklich schnell reagieren. Hält sich auch in Grenzen mit den Kämpfen. Es gab nur einen Kampf, der war circa 20 Minuten lang. Und, äh, echt heftig. Und es gab dafür aber auch einen langen Party, den wir gar nicht gekämpft haben. Okay, also ich versuche jetzt einfach mal hier durchzurennen und nach rechts zu laufen. Ich glaube, rechts ist die beste Option. Aber... Irgendwie muss ich ja Licht darüber bringen. Und das Blöde ist, dass rechts überhaupt keine Fackel zu sehen ist. Ah, das gefällt mir nicht. Oder soll ich geradeaus die Treppe hoch? Aber da scheint es mir nicht weiter zu gehen, ne? Da ist auch nichts an Licht zu sehen. Ich werde nach rechts rennen. Wie meinst du, ich soll das Teil anzünden bei der Rune und dann Feuer auf der anderen Seite holen? Ja, aber wie denn? Ich habe hier Wasser. Ich kann hier nicht... Ich muss, ich muss da drüben irgendwo Feuer finden. Und das wird wahrscheinlich rechts sein. Und ich glaube, das ist, äh, der falsche Weg. Das funktioniert nicht. Ich häng fest. Ich stehe auf der Stelle. Ich sehe nichts mehr. Und das ist die beste. Okay. Meinst du, ich kann das... Das wäre jetzt mega blöd, wenn ich jetzt wirklich die Fackel hier anzünden könnte. Aber ich glaube, das geht nicht. Nein, ich komme hier nirgendswo hoch. Geschweige denn ran. Also, man könnte ja eigentlich die Fackel einfach so durch das Gitter legen. Das wäre das beste überhaupt. Und ja. Auf der Mauer ist ein Kohlebecken. Wo ist denn auf der Mauer ein Kohlebecken? Ich habe nur hier Kohlebecken. Hier kann ich... Auf dieser Seite kann ich überall... Feuer holen. Aber nicht hier drüben. Das ist zwar ein Kohlebecken, aber ich kann hier nichts holen. Das ist ja aus. Das müsste ich ja erst entzünden. Das müsste ich entzünden und das kann ich nicht entzünden. Das geht leider so nicht. Warum auch immer. Hm. Kann ich das Wasser irgendwo stoppen? Nein. Ich würde ja fast da runter klettern, aber... Ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Aufgabe. Das sieht auch nicht so aus, als wenn ich da hin sollte. Das ist wieder ein bisschen kniffliger, das Rätsel. Also definitiv nicht nach rechts und geradeaus bringt mir auch überhaupt nichts. Kann ich hier durch die Lücke? Meinst du das geht? Nein, geht nicht. Äh, ne, über die Stäbe hier kann ich auch nicht gehen. Das hatte ich auch schon überlegt. Fokus bringt mir hier auch nichts. Ich dachte hier vielleicht ganz Niki an der Seite. Nein. Hm. Also ich hätte ja... Also ich persönlich würde das Feuer einfach... Also die Fackel jetzt einfach da hinlegen. Das geht aber einfach irgendwie nicht durch das Gitter durch. Okay, also sobald ich hier irgendwie auch nur zu nah an das Wasser komme, geht die Fackel aus. Ähm, ja. Hier hinten ist eine tolle Nische, die bringt mir aber auch überhaupt nichts. Wenn ich jetzt irgendwie... hier hoch kommen würde. Aber es geht tatsächlich überhaupt nichts. Da stellt sie sich ein wenig an. Ich bringe mal so frei und gucke mal ganz kurz noch ein kleines Stück zurück. Oh Gott, das ist so düster. Wenn wir hier vielleicht irgendwas übersehen haben. Hm. Ja, das, äh, ne... bringt uns überhaupt nichts. Aber wir geben nicht auf. Wir werden den Weg finden. Kann ich hier hoch? Nein. Ich hätte gedacht vielleicht da ganz da runter zu gehen, aber... es gibt hier keine Klettermöglichkeit oder sowas. Hier ist einfach nur Felsen, ne? Jep. Mauer. Okay, irgendwie bin ich gerade zu doof. Aber da oben dieses Gebälk, das ist auch höchst interessant finde ich, aber ich kann nichts tun. Also ich muss da durch und muss irgendwie vor der Bestie fliehen. Aber... ja, wahrscheinlich muss ich echt geradeaus. Ich muss es probieren. Ne, klettern will sie hier irgendwie nicht. Ist leider nicht drin. Ich werde jetzt versuchen geradeaus durchzurennen. Go for it. Okay, das bringt gerade nichts. Ich komme nicht mal hier weiter. Ich hänge hier fest. Gar nicht cool. Ich will zurück zum Feuer. Vielleicht schauen wir jetzt noch zurück. Nein! Komm schon! Du bist im Feuer! Du bist im Feuer! Du bist im Licht! Och, komm. Sie war doch im Licht! Sie war doch im Licht! Die Dunkelheit vereinnahmt uns immer mehr. Das gefällt mir nicht, nur weil ich zu blöd bin für so ein Rätsel. Alle Kämpfe, alles habe ich geschafft bis jetzt. Und diese blöde Rune hier versaut uns jetzt gerade alles. Okay, also geradeaus ging es halt auch irgendwie überhaupt nicht. Guck mal, das ist doch auch mit Hilfe der Stange ist es doch die Rune fast schon. Guck mal, das kann man doch zählen. Hat er die jetzt überhaupt aktiviert irgendwie? Ich glaube ja. Ja, die ist aktiviert. Ich brauche den Schatten. Den verfluchten Schatten. Und ich glaube auch fest, dass ich ganz nach rechts irgendwo durch muss oder so. Oder ich kriege das Wasser gestoppt, aber ich wüsste nicht wie. Oder das ist alles einfach nur eine Finte und ich brauche gar nicht die zwei Stangen hier, sondern irgendwas anderes. Am Ende ist die Rune hier unten und ich habe die ganze Zeit einfach nicht drauf aufgepasst. Nein. Das ist echt gerade ein bisschen hier, mich zu kurzsinnig. Ich habe echt keine Idee. Die Stange drehen. Das geht leider auch nicht. Ich muss, ich muss schon irgendwie rüber. Es muss eine Möglichkeit geben, das drüben zu machen. Und meines Erachtens nach muss da hinten irgendwas sein, aber das ist schon, das hat schon so seinen Grund, dass ich da ohne Fackel jetzt da rechts rumrennen muss. Das tut mir leid. Nein, hier geht es nicht weiter. Hier geht es nirgendwo weiter. Doch, es geht weiter. Licht! Was machst du denn? Ja. Okay, also. Gut. Zumindest sind wir weiter. Holla die Waldfee. Okay, und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ich muss irgendwie geradeaus, ne? Aber hier ist schon wieder Dunkelheit und ich sehe halt überhaupt nichts, ne? Ich sehe keinen Weg, ich sehe keinen Weg. Ich muss zurück ins Licht. Ich sehe hier echt keinen Weg. Muss ich runter vielleicht? Okay, sie geht nicht runter. Dann werden wir wohl auch nicht runter müssen. Ich muss geradeaus, irgendwo muss hier was sein. Aber ich kann nichts erkennen. Okay, hier ist ein Kohlebecken. Okay, ich gehe wieder kurz zurück. Es geht hinter dem Kohlebecken, glaube ich, links rum. Okay. Nein, es geht nicht hinter dem Kohlebecken links rum. Wir gehen zurück. Okay. Okay, dann gehen wir rechts rum. Ich hoffe, es geht rechts rum. Es ist hier was zum Durchkriechen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hier ist ein Gitter. Ich sehe nichts. Das ist ja mies. Du musst ja sterben. Wenn du den Weg nicht kennst. Musst du sterben. Das kostet uns gerade so viele Leben. Das behackt mir überhaupt nicht. Okay, aber wenigstens wissen wir, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Auf. Auf. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie es nach dieser Lücke in dem Gitter weitergeht. Wir versuchen es. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch nichts. Man sieht halt auch einfach nichts. Irgendwann verliere ich meinen kompletten Spielfortschritt hier. Aber es muss der richtige Weg sein. Das Problem ist, wenn ich durch das Gitter durch bin, habe ich das Gefühl, dass ich auch keine Zeit mehr habe, um zurückzukommen. Also nur mal kurz reingucken geht hier glaube ich auch nicht. Okay, hier ist ein Weg zum Durchkriechen. Wie soll man das denn schaffen? Das ist ja echt richtig, richtig mies. Vor allen Dingen, weil sie halt so langsam kriecht. Das heißt, ich muss erst durch das Gitter durch, muss leicht rechts in den Bogen gehen und dann links in diese Nische rein kriechen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Weil das sehr, sehr lange dauert. Ich glaube, dass ich zwischendurch zwischendurch wieder Licht brauchen werde. Was machst du denn da? Okay. Aber es ist der einzige Weg. Nicht hängenbleiben. Okay, wir gehen wieder zurück. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, Bestie. Ganz ruhig. Okay. Und nochmal. Wir werden hier in den Bogen gehen. Leicht rechts. Links die Nische. Rein da. Durch da. Davon ist, glaube ich, Licht, aber ich komme da nie durch. Da kriege ich sie viel zu lange. Ja, klar, die Vermutung ist, da wieder Feuer in das Kohlebecken zu kriegen, aber wie kriege ich Feuer auf die Seite? Okay, wir schauen nochmal. Vielleicht hast du recht und es gibt noch irgendwas, an dem Kohlebecken zu machen. Jedes einzelne Mal, wenn wir hier durchlaufen, kriege ich Stress. Okay, es ist zwar hier das Kohlebecken, aber nichts, was ich damit machen kann. Mein Verdacht ist ja tatsächlich, diesen Höllen-Run zu machen und Feuer zu holen am Ende dieses Runs. Und das Gefühl hatte ich gerade, dass ich kurz davor war, genau das zu können. dieser Gang, kann ich von der anderen Seite, der muss doch irgendwo enden. Ist der in dem anderen Raum, wo ich gerade herkomme? Fängt der dort an? Habe ich den übersehen? Nein, oder? Ich möchte ganz kurz nochmal gucken gehen. Ich schaff's nicht, weil ich die Fackel nicht angemacht hab. Das heißt, es könnte ja sein, dass der Gang jetzt hier vorne irgendwo anfängt und ich... Nee, den habe ich aber nicht übersehen. Den kann man doch nicht übersehen, oder? Übersieht man sowas? Eigentlich nicht. Aber hier ist ja auch dieser Kriechweg gewesen, aber der hat keine Abzweigung, soweit ich weiß. Abzweigungen. Aber hier ist doch die andere... Ach, klar! Ich schäme mich gerade in Grund und Boden. Okay. Wir hätten uns die ganzen Tote sparen können. Zumindest sind wir am Schluss da doch noch drauf gekommen. Sehr gut. Wo ist sie? Faster, faster, keep going, keep going. Sehr gut. Jetzt haben wir aber unsere Rune. Hast du, den muss ich jetzt aktivieren. So. Endlich geht's weiter. Okay. Dillian. 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 Dillian.